Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und wie jeder Tagesbotschaft. Das heißt, heute ist Montag. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, dass Sie alles erledigen können. Ich hoffe, ihr habt alle sehr gut ausgeruht für nächste Woche. Für diese Woche meine ich viel Kraft. Ist Portaltag. Mal schauen. Mal schauen. Ich habe schon zwei Tage vor, drei durchgedreht. So, wie üblich, die Tagesbotschaft ist genau in dem Moment, wann du schaust. Das heißt für heute. Wenn du heute schaust, das heißt für heute ist, wenn du andere, wenn dir irgendwie etwas nicht passt, nicht stimmt. Da gibt es im Playlist die ganze Reihefolge von dem Tagesbotschaft. Da kannst du dir irgendwie eine aussuchen nach Geschmack. Vielleicht welche Kleidchen habe ich. So, das war Spaß. Erste, zweite und dritte Stapel. In Ruhe. Intuitiv holst du dir. Intuition. Und ich werde schauen. Die erste. Was heute erwartet. Was heute passiert. Was musst du erledigen. Was musst du erreichen oder noch was. So wie aussieht. Die Person, die hat diese erste Stapel gewählt. So wie aussieht. Du kannst immer noch nicht hinter dir alles Alte lassen. Du vielleicht. Stopp, 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 Leute. Ich weiß. Jemand wird jetzt sagen, oh Gott, na na na. Ja. Das heißt, wenn nicht, dann ist nicht deine Erlebung. An erster Stelle Jeremid. Ich glaube, Jeremid heißt das. Das ist Einsiedler. Aber, aber im Crowley-Karten Einsiedler, der ist ein bisschen anders. Ja, er ist einsam und so weiter. Aber wieso? Wieso ist er einsam? Weil er hängt immer noch hinterher, hinter in Vergangenheit. Sein Licht kommt nicht nach vorne und er sieht nicht, dass gibt es neue Anfang. Irgendwo. Wer hat kein Paar und sieht diese Legung. Das heißt, du löchtest deine Zukunft nicht. Du siehst nicht, was passiert vor dir. Du siehst nur was hinter dir. Aber du willst auch nicht schauen. Aber du schleppst das immer. Und die zwei andere Karten, das ist meine, meine, wie soll ich sagen, die andere Karten liegen, was die sagen. Ich spüre hier ganz meine Dinge. Ich, wenn ich sehe, diese alle drei Karten, für mich bedeutet das, du musst alte Brücken verbrennen und neue bauen. Bau dir neue Brücken, dann hast du diese Ei. Weltei. Das ist Weltei. Wer kennt sich in Mythologie, bitte lest mal, was ist das Weltei. Weltei, das ist da, wo die ganze Erde erschafft wurde. Nicht nur Erde, die ganze Universum. So. Und du hast so viele Möglichkeiten. Für dich gibt es schon parat, wie soll ich sagen, ist schon vorbereitet. Ein neuer Partner, eine neue Wohnung zum Beispiel, eine neue Auto. Nur weil du konservativ bist. Sorry, ich sage das so. Ich bin auch konservativ. Ich muss mich auch jeden Tag umbauen, umkrempeln. Ich muss auch das lernen. Ich komme aus sehr konservativer Familie. Ja. Das heißt, für jeden Mensch ist alles schon vorgesehen. Liegt in unserer Hand, ob wir glücklich werden oder unglücklich. Weil, ob glücklich oder unglücklich, die gleiche Energie kostet für uns. So. Und deine Träume, das, was du dir wünschst. Verstehst du? Konzentrier deine ganze Energie nach vorne. Nicht nach hinten. Verbrenne diese alten Geschichten, alte Brücken. Baue dir neue. Und bei dir wird alles klappen. Und das ist heute, hier und jetzt am besten. Und verschiebe nicht, ja, ja, ich bin auch so. Verschiebe nicht das, was du heute machen musst auf morgen. Aber ich verschiebe auch ab und zu. Ab und zu. Ab und zu. Und immer öfter. Ja, manchmal hat man keine Lust. So. Jetzt die zweite. Und 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 hier ist alles so schön. Alles ist so wunderbar. Diese Karte, für mich ist das so ein Glück. So eine Fülle. Du bist so glücklich, fröhlich. Du lachst. Dein Lachen kommt von innen heute. Kann sein, du kriegst Geschenke. Irgendwie welche. Oder vielleicht sogar Blumen bekommst du. Was sehe ich noch? Was spüre ich nach diesen Karten? Das kann sein, jemand von euch wird dieses Glück riechen heute. Wie die schöne Blumen. Wie du riechst schöne Blumen, genauso du riechst heute dieses Glück. Du kannst das genießen. Genieße in vollem Gange heutigen Tag. So wie aussieht. Du kannst mit Freundinnen ausgehen. Du kannst, schau mal, hier ist Freiheit. Genieße irgendwie. Kann sein, jemand bekommt die Freiheit. Keine Ahnung. Oder fühl dich frei. Fühl dich frei. Wie der Vogel. Wie diese Frau. So locker. Lass diese Last weg. Aber du lässt heute weg. Hinter dir alles. So wie aussieht. So wie aussieht die zweite Stapel. Mensch schaut nach vorne. Mehr Mensch sieht. Diese Glück. Riecht diese Glück. Wow. Aber es ist ruhige Karten. Hier ist kein Stress. Hier ist so chilliger Tag. Vielleicht irgendwie welche. Party. Kann auch Party sein. Aber hier ist mehr, was ich sehe, gemütlichere Dinge. Nicht so. Kann auch Party sein. Für jemanden gemütlich ist Halligale. Für manche nicht. So. Das ist alles individuell. Die dritte Karte. Oder Stapel, Stapel, Stapel. Uiuiui. Uiuiui. So. Ich sehe hier. Ein Mensch strebt sich nach etwas. Nach Ruhm. Nach Erfolg. Ruhm, Erfolg. Etwas zu erreichen. Jemanden etwas zu beweisen. Auf jeden Preis etwas haben. Die Glocke. Die Glocke. Wieso ist jetzt? Jemand möchte Ruhm, Erfolg. Wieso genau an diese dritte Position? Ist denn der Zeit? Du hast das verdient. Hier sehe ich es so. Soll ich Pause machen? Ich liebe Glocken. Ich liebe diese Schalen Gips. Ich liebe diese Dinge. Alle die so Glocken. Das alles. Die Töne. Das ist schön. Das irgendwie die Seele befreit. Keine Ahnung. Ich möchte noch etwas vorlesen. für dritte. Weil ich hatte hier ein Gefühl gehabt. Das Mensch braucht hier etwas. Du hast irgendwie welche Wünsche, die schon mit dem Rosen geklettert und gewachsen. Und vielleicht zu viel. Hier so wie es aussieht. Du musst dich entscheiden für eine bestimmte oder für alle deine Wünsche. Das weiß ich nicht. Und ich hatte ein Gefühl gehabt. Und hier ist die von Maria Orakel. Das Königin. Und ich lese dir vor. Ich kann das nicht mit meinen Wörtern so. Du wirst das verstehen. Integrität heißt das. Ich vertraue meiner Fähigkeit zu wissen, was wahr ist für mich. Und ich lese dir diese Karte vor. Du hast diese Karte gezogen. Ich habe für dich gezogen. Tut mir leid. Vertraue meiner Intuition bitte. Weil die Situation, der deine Frage gilt, mit der Integrität einer bestimmten Person zu tun hat. Diese Karte kommt aus Führung zu dir. Damit du auf die Signale deines Körpers hörst. Da du spüren kannst, ob jemand auf richtig ist oder nicht. Hör richtig alles zu. Wenn du danach, du kannst nochmal abspülen, zurück und nochmal zuhören. Weil das ist, ich finde das ist eine sehr wichtige dritte Position. Jede Position ist wichtig. Aber so, weiter. Ob jemand auf richtig ist oder nicht, Mutter Maria ist ein wunderbares Vorbild, indem sie sanft und liebevoll fordert, dass wir alle in Ehrlichkeit leben. Du kannst das gleiche mit den Menschen in deinem Leben tun. Außerdem hast du die Möglichkeit, dich von allen fernzuhalten, die nicht integer handeln. In jedem Fall vertraue deine Intuition und deinem Bauchgefühl, das dich zu Menschen führt, die die Wahrheit sagen und entsprechend handeln. Darüber hinaus fordert diese Karte dich auf, immer ehrlich zu sein, selbst wenn dir die mögliche Reaktion darauf unangenehm ist. Du kannst darum beten, dass deine Worte geführt sind. Sie werden dir den Mut verleihen, ehrlich deine Meinung zu sagen und dir helfen, eine gesunde, positive Atmosphäre, ehrliche Kommunikation zu schaffen. Ich finde, ich finde, total passend. Nicht umsonst hatte ich das Gefühl gehabt, dass es so passend zu dieser Position passt. Du brauchst nie so viel Kraft, weil hier ist die Karte noch sagt, dass manchmal fehlt uns die Energie. Energie geht aus, blockiert sich Energie. Und sie, normalerweise blockiert sich diese Energie zu unserem Erfolg, weil wir mit falschen Menschen sich umgeben. So habe ich das verstanden. Hör mal nochmal das, was ich vorgelesen habe. Ich finde, das ist total wichtig. Dann kannst du deine Träume, deine Wünsche, nicht alles, diese Pläne nicht im Kopf haben. In Realität. In Realität. Versetze das alles in Realität. Aber hier ist wichtig, Vertrauen auf dein Gefühl, innerliche Bauchgefühl oder Intuition. Deine Seele wird dir auf jeden Fall sagen, hast du gutes Gefühl oder schlechtes Gefühl. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, viel Erfolg, viel Kraft und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht heute Abend. Tschüss Papa.